Norddeutscher Rundfunk 2021 An diesem Morgen bestellte er alle seine Leute auf den Acker. Kurt Müller-Schesl, ein Landwirt aus Niedersachsen und aus Leidenschaft. Seitdem ich fünf war, wollte ich Landwirt werden. Mit acht konnte ich Trecker fahren, weil ich groß genug war, an die Medaile ranzukommen. Es hat sich seitdem nichts dran geändert, dass wir nicht in Niedersachsen wirtschaften, sondern in Vorpommern. Aber der Grundidee und der Leidenschaft, die dazugehört, hat sich seit den letzten 42 Jahren nichts dran geändert. Kurt Müller-Schesl bewirtschaftet inzwischen 1000 Hektar Ackerland in Vorpommern. Auf rund einem Drittel davon hat er in diesem Jahr Raps angebaut. Das ist auf jeden Fall trocken. Der Mähdrescher-Fahrer hat eine erste Probe dabei. Wir haben bis zehn Uhr. Wir gucken jetzt, ob er unter neun Prozent Feuchtigkeit hat. Hat er unter neun Prozent, fangen wir an. Hat er über neun Prozent, legen wir uns noch in die Sonne und genießen den Vormittag. Hoffentlich unter neun Prozent. Landwirt, Mitarbeiter, Lohnunternehmer, alle warten auf das Ergebnis des mobilen Feuchtigkeitsmessers. Die längsten 30 Sekunden in der Ernte. Warten, ob's trocken ist oder nicht trocken ist. Auf jeden Fall 8,2. Fangen wir an. Jo. Attacke, Attacke. Die Rapsernte kann beginnen. In den vergangenen drei Jahren haben Kurt und viele andere Landwirte Rekorderlöse beim Raps eingefahren. Doch dieses Jahr ist alles anders. Das Wetter war schlecht. Außerdem sind einige Unkrautvernichtungsmittel seit diesem Jahr in Deutschland verboten. Der Raps ist ziemlich klein und überall machen sich Kamille, Melde und andere Kräuter in den Feldern breit. Es ist Erntezeit in Mecklenburg-Vorpommern. Jedes Jahr rollen immer größere Mähdrescher und Landmaschinen über die Felder. Großflächenwirtschaft. Kaum ein anderes Bundesland hat solche riesigen zusammenhängenden Flächen wie der Nordosten der Bundesrepublik. Die teure Maschinerie auf den Feldern muss pausenlos gepflegt und repariert werden. In Mühlen geht's bei Güstrow ist die Zentrale der Mecklenburger Landtechnik. Jeden Morgen um sieben Einsatzbesprechung der mobilen Monteure. Jonas, hier mit ran. Drei Sachen heute Morgen. Einmal langen Brütz für dich. T-Motion-Hebel, dann das Lager, das ausgelaufen ist. Du fährst Zahnsdorf. Stickstoffglase mal rausgucken beim Häcksler. Der ist abgebrochen. Erik, du gehst am Futterwagen. Fängst das schon an. Kabel sind alles da. Drei Sachen. Einmal Harry Schröder. Lichtmaschine. Dann die Drehdurchführung. Dann müssen wir mal gucken wegen Kassel. Die Ersatzteile sind per Nachtexpress gekommen aus dem Lager in Wittstock. Gut, ich danke. Jo, dann haben wir alles. Werner Eberhard ist schon seit 21 Jahren dabei. Hat schon in der DDR den Standard-Mähdrescher-Fortschritt repariert. Werner kann alles. Schrader, Wender, Häcksler. Aber Mähdrescher sind seine Spezialität. Drei Aufträge hat er an diesem Morgen auf dem Zettel. Und nebenbei ist er auf Rufbereitschaft. Für ganz dringende Fälle. Feierabend haben wir jetzt erst mal nicht. Solange wir die Mähdrescher irgendwo unterwegs sind, muss ich noch raus. Das ist so. Ein langer Tag beginnt für Werner Eberhard. Wenn die bis 22 Uhr dreschen und noch irgendwelche Reparaturen haben, machen wir die auch noch. Sein erster Job ist wohl nur eine Kleinigkeit. Das ist hier drin verpackt. Ein undichter Hydraulikanschluss. So ein kleines Teil ist das, ja. Das ist so eine Klederführung. So ein kleines Teil. Macht natürlich so viel Schaden, dass die Maschine zum Stehen kommt. Landstraßen, Dorfstraßen, Feldwege. Werner kennt sich aus hier draußen in seiner Heimat. Also ein Navigationsgerät brauche ich hier in Mecklenburg. Vorbauen brauche ich keins. Hier unten ist er. Stillstand am Waldrand. Ein Lexion 460 hat den Geist aufgegeben. Hydraulikprobleme. Und der Wetterbericht hat Gewitter angesagt. Fünf Hektar Gerste müssen noch gedroschen werden. Moin. Drescherfahrer Karl Wiedemann, ein Bayer. Du hast auch gefilmt jetzt. Ist ziemlich verzweifelt. Und die hier, ne? Dein Kollege haben wir nicht schön. War Öl mit dabei? Nee. Bei wem? Das kommt von der Drehdurchführung, ganz sicher? Das weiß ich nicht. Die Maschine fährt zwar noch, aber der Öldruck von der Hydraulik lässt nach. Wenn das denn abgeht? Die reguliert die Drehzahl der Dreschtrommel. Sag mal, wer hat die angezogen? Alle Hoffnungen konzentrieren sich jetzt auf Werner. Aber Werner hat schlechte Nachrichten. Und das falsche Ersatzteil mit. Kein Empfang hier. Die Öldrefführung passt nicht. Der Drescher ist schon 18 Jahre alt. Ein Dinosaurier sozusagen. Hallo. Ja, hallo. Hörst du mich jetzt? Du, pass auf, die Drehdurchführung passt nicht. Das ist der Kehrte. Ne andere hast du nicht. Weil das ein alte 4,60 ist. Gut, alles klar. Dann bist du ja so ein Ding. Jetzt ist leider feierabend. Ist das so schlimm? Leckt die so viel? Wollen wir probieren? Wieder einbauen. Ihr habt dann einen Ölverlust praktisch. Ich will nur mal gucken, wie viel da rauskommt. Ach, ist das doch alles drin. Dann bauen wir den wieder ein. Der alte Hydraulikanschluss ist noch nicht ganz kaputt gewesen. Er tropft nur ein bisschen. Ungefähr. Fünf Hektar Gerste wird der Drescher wohl noch durchhalten, meint Werner. Normal wäre ich jetzt fertig gewesen. So sieht's aus. Normal. Aber jetzt leider nicht. Karl Wiedemann soll die Maschine Probe laufen lassen. Werner Eberhardt will gucken, wie viel Öl an der Dreschtrommel austritt. Glück gehabt. Die sogenannte Drehdurchführung bleibt erst mal trocken. Werner gibt grünes Licht. Diesen Dach so viel Öl verliert er nicht, da kannst du gut mitfahren. Dann muss ich die Drehzahl immer nachregeln. Zumindest, damit wir das Stück noch haben bekommen. Dann wären wir am Hof. Dann ist es auch nicht mehr so tragisch. Alles klar? Kein Problem. Ich mach's um. Die beiden verabreden sich für später, bei Karl Wiedemann auf dem Hof. 15 Kilometer entfernt. Und Werner verspricht, das richtige Ersatzteil mitzubringen. Die Ernte kann hier in der Nähe von Güstrow erst mal weitergehen. Kort Müller-Schessel pendelt hin und her, zwischen Büro, Acker und Lager. Elf Monate im Jahr arbeiten er und seine Frau auf diese Zeit hin. Das ist ein eingespieltes Team. Jeder weiß, was er zu machen hat. Und wenn alles heil bleibt und alles funktioniert, ist das Kinderspiel. Das ist ein Heimspiel, das funktioniert. Aber es passiert halt immer mal was. Mähdrescher geht kaputt, schlechtes Wetter und so weiter und so fort. Die gesamte Maschinerie über die Ernte am Laufen zu halten, die Stimmung hochzuhalten. Das sind nur vier, fünf Wochen, sechs Wochen mit viel Arbeit, auch mit Stresssituationen. Und das ist einfach wichtig, dass auch die Stimmung gut bleibt. Und das ist dann so meine Aufgabe und die Aufgabe von Susanne. Die ersten Lkw-Ladungen mit Raps gehen sofort nach Rostock, zur Ölmühle in den Getreidehafen. Kort hat etliche Tonnen dorthin verkauft, schon vor der Ernte. Jetzt muss er zusehen, dass er auch liefern kann. Damit es hinterher keinen Streit über die Qualität der Ölsaat gibt, nimmt Kort zur Sicherheit sogenannte Rückstellproben. Als Beweis. Allerdings weiß er ganz genau, dass er schon besseren Raps geliefert hat. In der Ernte finden sich viele Verunreinigungen. Besatz, sagt der Fachmann. Die kleinen schwarzen Körner sind Rapskörner, da ist das Öl drin. Ungefähr 40 Prozent davon ist Öl. Und alles, was nicht Raps ist, ist der sogenannte Schwarzbesatz. Stängel oder Schoten, Unkrautbesatz. Weil dieses Jahr, wie gesagt, es unheimlich schwierig war, den Raps unkrautfrei zu halten, weil der den Boden nicht abgeschattet hat. Und dadurch immer wieder Unkraut nachgelaufen ist und wir das nachher nicht mehr kontrollieren konnten. Und deswegen haben wir dieses Jahr mehr Besatz. Und wir haben zwei Prozent besatzfrei in den Verträgen ausgehandelt. Alles, was mehr als zwei Prozent ist, das hier sind schätzungsweise drei bis vier Prozent, gibt dann Abzüge. Leider. Und ist eine bittere Pille, aber bevor wir machen, wir können das Zeug ja nicht ewig lagern. Die ersten 25 Tönnen Raps sind fast fertig für den Transport nach Rostock. So, dann gib mal den Kaiser Wilhelm. Richtig guter Raps hat einen Wert von bis zu 350 Euro pro Tonne. So, dank dir. Das war's, ja. Tschüssi. Tschüss, munter bleiben. Wie viel Kort am Ende dafür bekommt, entscheidet sich nach der Qualitätskontrolle beim Kunden, der Ölmühle in Rostock. Also, die Emotionen sind schon bei der Ernte da, klar. Weil es ist natürlich Ehrgeiz, vernünftig zu ernten. Das ist Ehrgeiz. Ja, ich sag mal auch ganz ehrlich, ein Ticket besser zu sein, als manche Freunde Bekannte. So, da sind Emotionen dabei. Auch jetzt gerade bei der Rapsernte, wo es deutlich schlechter ist, als wir gedacht haben. Da sind natürlich auch Emotionen negativ besetzt. Das hier ist ganz normaler Arbeitsalltag. Wir vermarkten jedes Jahr um die 6000 Tonnen Getreide. Das sind also irgendwie 140 LKWs. Kort verkauft nicht die gesamte Rapsernte sofort an den Großhandel. Er kann es sich erlauben, viele hundert Tonnen in einer eigenen Halle luftig und trocken zu lagern. Dann wird erst einmal geguckt, wie die Ernte bei den Mitbewerbern so lief. Vielleicht geht danach ja noch etwas mit dem Preis. Zweiter Anlauf für Mähdrescher-Monteur Werner Eberhard. Er hat jetzt hoffentlich das richtige Teil an Bord. Die Drehdurchführung. Hier stand gestern noch Gäste. Für die Kallriem-Scheibe vom 460er Klaas Lexion. Jetzt bei Karl Wiedemann auf dem Hof in Tieblitz. Irgendwo sollte der hier sein. Bei Güsten. Irgendwo. Da ist er doch. Der Hof ist menschenleer. Erntepause. Natürlich ist hier kein Fahrer. Aber wir brauchen den Fahrer auch nicht. Werner weiß, wo der Schlüssel liegt. Da gehe ich jetzt einfach so bei, ja. Das Ding werde ich mir jetzt einfach so wegfangen. Und der nächste Notruf wartet schon auf der Mailbox. Und jetzt gestern war das ganz schön. Damit kannst du nicht weiterfahren. Um Gottes Willen bloß nicht. Ach, Herrje. Da muss oben die ganze Scheibe wieder runter. Da kommen wir nicht drum rum. Weißt du? Sonst bricht der Wellenstumpf noch ab. Oh, nee, bloß nicht. Pass auf, ich werde das dem Meister gleich mal sagen. Der wird sich entweder... Wo steht ihr bei euch? Auf dem Hof? Auf dem Hof, ja. Alles klar. Ihr müsst gleich kommen. Wir wollen uns heute abkriegen. Alles klar. Okay, gut. Jo, bis dann. Scheiße. Und das könnte natürlich ein fataler Fehler sein. Das kann so weit sein, dass die ganze Maschine aus wird für Tage. Die Maschine sind in der Hand besetzt. Sie werden benachrichtigt, sobald der Anschluss frei ist. Dieser Komfortdienst ist für sie kostenfrei. Gut, wir fangen erst mal hier an, ne? Wir machen erst mal einen fertig. Die Erntezeit ist nichts für Allergiker. Gerstenstaub ist auch ein ekliges Zeug, ne? Das piekt und kratzt und naja. Das ist das neue Teil, das kommt heute Nacht von Wittstock. Werner Eberhard kennt alle Mähdrescherbesitzer im Umkreis von 200 Kilometern persönlich. Da geh ich einfach so weit jetzt, ja. Die kennen uns. Das Öl sieht er. Und das passt so schön. Kleines Teil, große Wirkung. 15 Minuten hat der ganze Spaß gedauert. Aber irgendwo da draußen in der Mecklenburger Landschaft gibt es gerade ein richtig großes, anderes Problem. So, ein bisschen sauber machen, gehört dazu. Das wär's gewesen, ja. Das ist die Maschine, die ist fertig. Ja, ich mach das nicht, wenn ich im Auto einsteige und das ganze Lenkrad ölig ist, das muss ich sagen. Du, Zehn, der Fahrer von Armand hat mich angerufen. Und zwar oben seine Variatorscheibe, die federbelastete Hybridantrieb, also von den Rotoren. Die Scheibe hat einen Zentimeter Luft. So, damit kann er ja nicht mehr dreschen, ne? Weißt du, was machen wir da nun mit? Schönen Dank. Alles klar. Gut, ich fahr rüber, ne? Okay, ja, was denn? Das sind so die Klassiker, genau. Wenn man unterwegs irgendwo ist, noch gar nicht ganz fertig, dann kommst du in der nächste Anruf. In einer halben Stunde wird Werner vor dem nächsten Mähdrescher stehen. Er muss sich beeilen. Alle Dränge. Denn es gibt nichts Schlimmeres während der Ernte als eine Maschine, die stehen bleibt. Und irgendwas ist immer. Druckabfall im Hydrauliksystem, Steine im Schneidwerk, Strohstau in der Dreschtrommel. Notfall bei Bauer Ahlmann in Groß Tessin, zwischen Krakow und Güström. Eine Keilriemenscheibe schlackert und vibriert gefährlich. Der Mähdrescher musste sofort vom Acker auf den Hof. Mitten in der Ernte. Natürlich nicht schön. Oh Gott. Das ist ja nur richtige Arbeit hier. Na bitte. Wir haben meistens noch einen Kollegen zu herschicken müssen. Alleine kriegt die Scheibe da oben nicht runter. Die wiegt bisschen was. Irgendwie so bei 50 Kilo. 48, 50 Kilo. Vorsicht, den Staub ein bisschen. Du kannst doch noch irgendeinen mit herstücken hier. Ich bin alleine hier. Ach du Scheiße. Ja, aber so kann er nicht weiterfahren. Ich fange schon mal an zu schrauben hier. Aber irgendwie muss ich nachher hier einen haben, der hierher kommt und mir hilft. Ich hoffe, dass wir die mit zweimal und halbwegs runterkriegen. Ich habe hier nichts. Kein Teleskoplader, ich habe hier gar nichts. Ja, schau. Ja, nun versucht der Meister noch irgendeinen herzukriegen hier. Wenig Leute. Gut, ich fange an. Nützt ja nichts. Erstmal Fußmatte auslegen, ne? Also, ich mache das nicht, wenn ich beim Kunden komme und der Kunde das Auto aufmacht und Öl rausläuft. Nee, das geht ja gar nicht. Ich nehme erstmal nur das Werkzeug aus, was ich denke, ich brauche das. Das sieht manchmal mehr aus, als es ist. Die Reparatur, kalkuliert Werner Eberhardt, wird bestimmt ein, zwei Stunden dauern. Allerdings weiß er gar nicht richtig, was ihn hier erwartet. Der Drescher ist erst zwei Jahre alt. Für Gottes Willen. So einen Riemen haben wir schon mal runter. Mal viel wert. Der angeforderte Lehrling ist da. Mit den Ersatzteilen. Hast dich dann richtig beeilt, ne? Haben wir alle Teile? Ja, haben wir alle. Dann packen wir den ganzen Kram mal aus. Aber dann stellt sich heraus, auch der Keilriemen ist total mürbe. Zerschlissen. Ach, nee, nee, nee. Schrott. Der ist eingerissen. Der bringt doch nichts. Da ist er. Das ist noch mehr wie ärgerlich. Den brauche ich nicht mal rauflegen, den Riemen. Hier ist eine Leinwand drin. Geklebt. Dann reißt du immer weiter bis zur Leinwand hier hinten. So. Und irgendwann reißt du quer durch. Richtig schön. Komplett durch. Und dann haut der Riemen dahinten noch einige Sensoren kaputt. Und Spierleitungen kaputt. Hier sitzen Kräfte drauf. Der könnte richtig Schaden machen. Gut, Erik. Ich habe im Lager angerufen. Der Ding ist da, holst das Ding. Drei Stunden montiert Werner jetzt schon in Groß-Tessin. Die Zeit rennt ihm davon. In Selz bei alten Treptow laufen die Maschinen jetzt seit fast fünf Stunden. Und egal wie gut oder schlecht die Erträge sind. Die Jungs haben Hunger. Susanne Müller-Schesel, Korts Frau, hat gekocht. Neben dem Acker baut sie ihr kleines Erntehelfer-Buffet auf. An solchen Tagen wie heute sogar mit karierter Tischdecke. Ein bisschen Stil muss sein, findet die Landwirtin. Und den ganzen Tag nur mitgebrachte Klappstehen, das macht keinen froh. Heute gibt's Gulasch. Weil wir heute so extrem viele Leute sind, hab ich gedacht, ein großer Topf ist am einfachsten. Wer den ganzen Tag hart arbeitet, der muss die Pause auch ein bisschen schön haben. Und deswegen gönnen wir uns auch eine Pause. Und wir haben super Mitarbeiter. Und, ähm ... Die haben sich das einfach verdient. Diese Viertelstunde gönnen wir uns, weil das einfach wichtig ist. Weil, ähm ... Ja, wie meine Frau schon sagte, wenn wir die Zeit nicht mehr haben, machen wir uns falsch. Einmal die Leute zusammen kurz gemeinsam essen und dann geht's weiter. Sind die Mitarbeiter zufrieden, klappt's auch mit der Ernte. Ja klar, Dreschen kann auch mal zwölf Stunden dauern und länger. Und, ähm ... Da ist es einfach auch mal wichtig. Die sitzen zwölf Stunden auf dem Dreschland. Alleine für sich, nur ein Funkgerät und Radio. Und, äh ... Dann auch mal kurz zu schnacken, ist, glaub ich, auch für die Seele gut. Über Arbeitszeiten wird an solchen Tagen nicht gesprochen. Das Wetter schreibt den Dienstplan. Ja. Solange Licht und Trockenheit in Ordnung sind, wird gearbeitet. Susanne und Cord haben drei festangestellte Mitarbeiter. Dazu kommen zwei Lohnunternehmer und ein paar Erntehelfer aus dem Dorf. Stopp. Alle mit großem Appetit. Cord, Nudeln oder Kartoffeln? Nudeln. Cord's Leibspeise allerdings ... sind die Zahlen. Danke, 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 danke. Wir verdienen einmal mehr Geld. Das ist jetzt. Und das ist natürlich wichtig, dass der Ertrag passt. Und überschlägt man natürlich immer, wo man ungefähr steht. Dieses Jahr passt das halt nicht so richtig. Umso wichtiger, um zu gucken, wo man steht. Hauptsache, niemand steht ohne Essen da, findet Susanne. Sie ist noch Tomatensalat, ne? Wie will? Also mich macht das immer glücklich, wenn ich das hier so sehe, wie gut das läuft und dass sie sich untereinander alle verstehen. Und dann mach ich natürlich auch gerne diesen ganzen Aufriss mit Essen. Und zumal ich auch weiß, wenn ich irgendwo nachts mit dem Auto liegen bleiben würde oder so, ich könnte jeden einzelnen von denen anrufen, die wären da. Allzu lange dauert die Pause nicht. Lieber schnell weitermachen. Das Wetter kann jederzeit umschlagen. Zweiter Anlauf bei Bauer Ahlmann in Groß-Tessin. Der Azubi hat ordentlich auf die Tube gedrückt. Der Riesenriemen überträgt gewaltige Kräfte im sogenannten Variator, einer Art stufenlosem Getriebe. Nee, halten Sie mal ein bisschen hoch hier, damit er nicht gleich so komplett einklemmt hier. Zwölf Uhr mittags, Probelauf. Im Mähdrescher dröhnen 600 PS. Im Normalbetrieb läuft die Maschine immer mit 110 Prozent Last, stundenlang. Deshalb ist der Verschleiß auch enorm hoch. Werner ist zufrieden. Die Variatorscheibe läuft jetzt ruhig. Wenn nur der kratzige Gerstenstaub nicht wäre, da kann Werner sich gar nicht dran gewöhnen. Gerste ist auch ein ekelhaftes Scheißzeug. Ich liebe Gerste, alles gut. Der Riemen läuft wunderbar, läuft gut, einwandfrei. Mal gucken, ob er noch Luft hat. Und dann kann er dreschen. Landwirt Nico Ahlmann kann es kaum erwarten. Na, Werner, hast du welche gekriegt? Du kannst losfahren, vom Prinzip aufs Jahr. Also die Kahlenscheibe ist fest. Der Riesendrescher hat 400.000 Euro gekostet und ist erst zwei Jahre alt. Gut, Nico, dann wünschen Sie dir was. Höchste Zeit, dass die Maschine wieder auf den Acker kommt. So ein Mähdrescher läuft nur 25 Tage im Jahr, deshalb zählt jede Stunde. Nico Ahlmann war schon etwas unruhig wegen der langen Reparatur. Aber jetzt geht es ja endlich weiter. Da muss man auch das Positive suchen, nicht nur das Negative. Viel schlimmer wäre es, wenn jetzt richtig Gewitter gekommen wäre. Dann wäre meine Geduld vielleicht anders ausgesehen. Ich kann auch mal aus der Haut fahren. Auch Familie Ahlmann bewirtschaftet 1000 Hektar. Mit Gerste, Weizen und Raps. Aber die Stimmung ist dieses Jahr gedrückt. Die Gerste läuft schlecht. Das Frühjahr war zu trocken. Es ist wie ein großes Roulette-Spiel. Natürlich, die Aufredung und die Vorfreude und die Hoffnung, dass man alles richtig vorbereitet hat. Das heißt, dass die Technik funktioniert, die Getreideannahmen und Trocknung funktioniert, alles, was dazugehört. Dass man das alles richtig vorbereitet hat. Und wenn es dann erst mal drei, vier Tage in Gange ist, weiß man, ob man es richtig oder falsch gemacht hat. Aber es ist jedes Jahr aufs Neue Spannung. Und dann ist da auch noch das Auf und Ab an der Getreidebörse in Chicago. Der Weltmarkt. Die Kurse sind gerade im Keller. Die Preise sind einfach unerfreulich. Bloß, wenn ich mich da jetzt jeden Tag drüber aufrege, würde ich ein Magengeschwür kriegen. Ich kann es ja sowieso nicht erinnern. Ich kann nur versuchen, für das Jahr das gute Mittel für mich zu finden. Also wir verkaufen eben einfach in mehreren Etappen. Wenn ich meine, das passt der Preis, dann wird was verkauft. Aber das Wichtigste ist, dass der Drescher wieder läuft. Denn schlimmer als schlechte Preise ist eine verhagelte Ernte. Seit morgens um sieben auf Achse und noch kein Feierabend in Sicht. Werner Eberhardt. Was hab ich gesagt? Hier links raus. Der Notruf kam übers Telefon direkt vom Feld. Die meisten Bauern in der Gegend haben Werners Nummer eingespeichert. Der Mehrdrescher hat irgendwelche Elektronikprobleme. Er kann im Automatikmodus nicht fahren, weil die Fahrgeschwindigkeit ihm nicht anzeigt. Vermut' ich mal, dass er irgendwelche Softwareprobleme hat. Aber das müssen wir einfach sehen, wenn wir an der Maschine sind. Wo geht's jetzt hier nach Kattelbogen? Das hat Werner lange nicht mehr gehabt. Er muss nach dem Weg fragen. Darf ich denn nach Kattelbogen? Geht das hier da hoch? Da geht's hier hoch. Geradezu. Alles klar. Wäre ich ja doch da vorne abfahren können. Scheiße. Auf dem Land wird viel geflucht. Dabei ist es doch hier so schön. Die Natur ... Ja. Mein Mann ist groß geworden auf dem Land. Ich könnte mir nicht vorstellen, in einer Großstadt zu wohnen. Das wär mir nichts. Werner hat wieder Peilung. Da hinten staubt das irgendwie. Irgendwo am Feldrand steht ein Drescher. So wird das jetzt den ganzen Sommer gehen. In der Nähe von Neubrandenburg ist der erste Raps-Erntetag fast vorbei. Kort Müller-Schessel zieht keine rosige Bilanz. Den Mut verliert der Landwirt aber trotzdem nicht. Man hört deutschlandweit, man hört auch aus Frankreich, keine guten Endergebnisse dieses Jahr. Das kann uns preislich vielleicht noch mal stützen. Wir packen es ins Lager und gucken, was passiert. Es bringt jetzt nichts mit Panik, irgendwo rumzulaufen. Sondern Resümee gezogen wird nach der Erde. In ein paar Wochen kommt schon wieder die Saat fürs nächste Jahr an den Boden. Vielleicht läuft es damit ja besser. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wenn die Eisb Х后s heute reinigen, musst du behindert. Au re一点 Mal.